Wenn dein Freund in einer Mann-am-Boden-Situation ist, geh zu ihm und drücke Interagieren, um ihn zu reanimieren. Um ihn zu erregeln? Süß. In einer Mann-am-Boden-Situation. Finde ich gut. Was ist die Gegensituation dazu? Frau-am-Stehen-Situation. Okay, was ist das Gegenteil zur Situation? Äh, ähm, Situation? Keine Situation? Ja! Ja. Äh, Ladebild hier. Äh, blinkende Viereck. Berühren. Berühren? Ja. Jetzt habe ich zwei blinkende Vierecke. Zwei? Ja. Eins war, warte auf Spieler. Und eins, Masken auf und los. Ach ja, jetzt geht's. Ja, wir haben, glaube ich, irgendwas... Habe ich auch erst einmal gespielt. Also ich... Das ist fast blind. Okay, wo denn geht's? Wo bist du? Hier. Was haben wir für Waffen? Schhh, was ist das? Ist das eine Shotgun? Ja. Ich habe eine Shotgun. Ich bin tot. Mal wieder. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist... Ich wollte die Mann-am-Bodensituation demonstrieren. Ja. Du bist gleich die Frau im Himmel, wenn du so weitermannst. Ich krieche jetzt in die Ecken hier. Vor allen Dingen haben alle Gas nach so oft. Kann ich die auch absetzen? Nein. Ich wechsle mal wieder die Waffe. Aber ich mag Shotguns irgendwie. Okay. Absoluten Lieblingswaffen. Ja, besonders die USA im Multiplayer. Damit machst du die ganz viele Freunde. Warum? Weil die ganz toll ist. Weil du damit eine vervorragende KD hinkriegst und dann dich alle hassen. Das ist die Noob-Waffe. Ey, das ist gar nicht eine Noob-Waffe. Gottverdammt! Der Feind hat alle Eingänge verstärkt! Die Shotgun ist nämlich ohne Nachladen. Also... Die hat hier, glaube ich, so ein Achter-Magazin. Mann. Guck mal! Eine Gitarre! Eine Gitarre! Eine Gitarre! Eine Gitarre! Und da vorliegt gegen eine komische Waffe. Bei mir ist es hier keine. Ich will meine wiederhaben. Ich blende mich nicht. Wir haben gerade eine Nachricht abgefangen, dass Ahmed Salwan vor Ort ist. Er ist dein Hauptziel. Entschärft die Sprengladungen und eliminiert ihn. Was haben die denn mit dieser U-Bahn-Station hier gemacht? Gott, ihr müsst in Bewegung bleiben! Umdekoriert. Mithilfe von Blei. Ich muss hier weg. Oh, ich seh nichts mehr. Ich bin blind! Soll dir auch alles verschwunden? Ich seh echt nicht. Ja. Ja, es sind Blendgranaten. Oh, ich bin mittendrin im Feindes-Gebiet. Ja, ich kipp der Deckung. Siehst du wieder was? Nein. Was? Hey, ich sterbe. Ich hab dich doch schon reanimiert. Nein, lass du nicht. Du hast, glaub ich, kurz vor beschlossen. Ja, jetzt. Ich seh immer noch nichts. Das ist voll komisch. Okay. Ich will. Oh, das ist das Visier beschlagen. Ui, 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 ui. Oh nein, das ist das Gas, glaub ich. Das kann ich mal alles so realistisch machen. Oh, ich dachte, das wäre ein Gegner. Das war eine Lampe. Die Bombe. Wo ist die Bombe? Ich leck mich, das ist übel, finde ich gut. Hinter dir steht direkt einer. Was hast du denn weggemacht? Hilfe! Dann blendest du mich auch noch. Wir müssen die Bombe holen. Das ist wunderschön. Die hier noch 30 Sekunden hat, bis es explodiert. Und ich komme irgendwie nicht mehr hinzugreifen. Oh, Gottes Willen. Ich muss hier irgendeine Tasse... Woa! Boah! Alter! Ich bin blind! Ich bin blind! Ich bin tot. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Also, ich drehe mich um und dann sehe ich verschwommene schwarze Gestalten, die auf mich zu stellen. Ja, das war sehr, sehr bedrückend. Und dann, dann hatte ich Lust zu schlafen. Wieso warst ein Gans tot? Du hast was hingekriegt. Weiß ich auch nicht, warum wir... Du warst nicht tot, ne? Die Bomben sind in der Nähe, wir rücken schnell vor. Na mal los! Lichter an! Mach ihn kalt! Oh, ich habe die Randacht gegen den Balken geworfen. Ich bin gleich schon wieder tot. Gottverdammt! Der Feind hat alle Eingänge verstärkt! Du lässt mich... Oh, das ist kalt, ne? Vielleicht wieder die Bombe, ne? Ja. Du kriegst mich jetzt von mir, sonst sterb ich nämlich. Oh, was sind die Arschlöcher? Shit, nicht... Mann! Kannst du nicht mal was richtig machen. Ich kann gut sterben, ne? Nein, ich bin noch gar nicht gestorben. Äh, welcher Schwierigkeitsgrad ist eigentlich? Nochmal. Gut, dann hätte ich dich gerade fast erschossen. Oh. Ja. Was geht jetzt ab? Ja, ich sehe es. Auf einmal, äh... Ich gucke um meine Ecke und dann wirst du da plötzlich, äh... Hörst du bitte auf mich zu... Mach das Licht aus! Hey Mann, schaffst du das! Kann sein, dass das Licht eigentlich nichts bringt, sondern uns nur gegenseitig stört. Ja. Achtung! Oh nein! Ja. Ich werde da nie wieder reingucken. Ich habe noch nie welche im Multiplayer gesehen. Kommst du? Wir sehen jetzt wenigstens wieder was. Ja. Es ist irgendwie praktisch, was sie sehen. Ja. Ich nehme echt einen Schrot mit sieben Schrot, tatsächlich. Warum hast du die Lampe diesmal zerschossen? Weil sie mich geblendet hat. Fuck! Die Bombe liegt da! Die Bombe. Oh, ne? Auch geil, dass sie eine Bombe verteidigen, äh, die gleich hochgeht. Ähm... Diese, dann gehen die auch mit hoch. So sind Terroristen. Guck mal. Okay, los. Ich hole, ich hole die Bombe. Ja stimmt, dann. Ja stimmt, sind ja Terroristen, aber ich vergesse. Du musst jetzt die Männer gleich da töten, ne? Leertaste. Aha. Rechte Maustaste. F. Linke Maustaste. Oh nein, Bleckgranate! E. Leertaste. Rechte Maustaste. F. Du darfst nicht sterben, das weißt du, ne? Entschärft. 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 Ich bin tot. Oh, ey. Warte, ich kann von hier die ganzen Leute töten. Wärst du eine Sekunde eher gestorben, weil die Mission scheitert, ne? Ja. Alles geplant. Warte, hier ist meine Deckung, ey. Ich glaube, die habe ich gar nicht gemacht, diese Mission. Irgendwie kann ich mich nämlich an die Mission gar nicht mal so erinnern. Du hast 12.000 gekauft. Ich stand da eben, ich habe eine Laffe freigeschleifelt. Hilfe! Ey! In der Ecke steht so jemand, ne? Und er messern muss. Oh, fack mal. Ich bin tot. Hör mal diese Typen, die mal nicht... Die Mission ist gar nicht so schwer wie die andere. Ja. Ist okay. Wir wollen ja auf 20 Parts kommen, das hatten wir ja vorhin. Alles geplant. Masken auf und los! Auf 20, nur ich doch auf 30. Bomben sind in der Nähe. Wir rücken schnell vor. Dann mal los! Lichter an! Mach ihn kalt! Ja, nur hier! Oh! 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 Boah! Der Autistisch! atable! Hier, diesmal machen wir das professionell ohne zu sterben. Wobeat especlon und Gruppe auswalciieren? Wieso sind wir nur zu zweit? so eine mega Bombe zu entschärfen vor allem was bringt die Bombe da unten im Kanalisationsschacht auf oder ist das eine Atombombe aber dafür ist die ein bisschen klein ja eine U-Bahn aber ich meine die wurde auch jetzt schon ich glaube nicht das sei noch Züge herfahren oder dass hier Leute gerade mal herlaufen warum nicht, ich will hier spazieren gehen ist doch schön ha ok ah ne durch den Bleihagel hier extrem Tourismus oh ich treffe erstmal dich in den Kopf das ist schön oh Gott verdammt, der Feind hat alle eine Richtung da habe ich dich auszusehen und meine Schrot getroffen während du an der Wand hergelaufen bist oh ist schon gut soll nicht dass hier wieder jemand um die Ecke steht er kriegt dann nämlich mit Schrot aufs Mauer was piept das so wehs ich hab nen Loch in der Gasmaske hier sind Drucker hier sind Drucker wir haben gerade eine Nachricht angefangen das war der Drucker ach so, das war der Drucker er ist dein Hauptziel entschafft die Sprengladungen und eliminieren los, wir müssen in Bewegung bleiben das hat innen holen das ist gut gute Qualität okay jetzt kommt gleich wieder die wunderschöne Blankländer nein was piept hier so wirst du das auch? eben hab ich das gehört aber jetzt nicht mehr alter es kann sein dass du nen Tinnitus hast was gibt's denn im Battlefield 3 fress das fress das oh zu zielen das ist ja Schrot das ist ja Schrot vielleicht gebraucht sie ziehen sich zurück so, du blendest mich die ganze Zeit soll ich dich mal blenden? fuck, geh zur Bombe, sie ist scharf leck mich, das ist übel leck mich, das ist übel, das ist gut oh, die Bombe, die Bombe läuft ab also du kümmerst du kümmerst du kümmerst fuck, ich wurde gemeldet weißt du was hier laufen andauernd Idioten mit nem Messer rum fuck fck würden sie sich jetzt einmal bemühen nicht zu sterben ja ich, äh, entschärft ihn nicht aber ich werde mich jetzt hier nämlich hinschillen leertaste ok, ich hoffe dass ich das zöcse f f nein, ich bledgranate mach schon, wahrhiel dich ich kann sie nicht viel länger aufhalten ist entschärft ist sie geblendet? nicht mehr es war wohl ein Bug, dass man das die ganze Zeit hatte ach, schön ok, das überleben wir jetzt oder auch nicht, weil hier irgendwelche Leute sind ich bin gleich laufen wir ja da oben steht am japani noch Warte, ich guck mal gerade Oh mein Gott Das ist wiederum ungemütlich Warte, wir stehen noch hier unten an der Munitionskist Warum machen wir nicht einfach Stimmt Das finden die bösen Terroristen Nämlich total blöd Wenn die die ganze Zeit Granaten auffliegen Was sagen sich die Terroristen Müssen wir schnell weg hier Zack Okay, ich glaub wir haben's clean Geht er raus Fuck Ich lebe Okay, ich Mund Vielen Dank.